Wir haben heute einen wichtigen Beschluss gefasst und zwar über den Heizkostenzuschuss für den Winter 2019-2020. Mir geht es darum, dass jene Leute, die es schwierig haben, auch finanziell eine Herausforderung zu bewältigen haben, dass wir diesen Heizkostenzuschuss zur Verfügung stellen. Wir haben auch beschlossen, dass dieser Heizkostenzuschuss erhöht wird von 225 auf 250 Euro. Außerdem werden wir den Bezieherkreis erweitern. Das bedeutet, dass wir drei Millionen Euro zur Verfügung stellen für diesen Heizkostenzuschuss. Mir ist es immer wichtig, dass wir Leute nicht im Stich lassen, die einfach eine schwierige Situation haben. Der Heizkostenzuschuss wird hier auch einen Beitrag leisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017